Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Aus welcher Perspektive betrachte ich diese Welt? Aus welcher Perspektive betrachte ich auch mein eigenes Leben? Ich habe die Möglichkeit, mein eigenes Leben aus der Opferrolle zu betrachten. Und ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, mein eigenes Leben aus der Rolle der Stärke zu betrachten. Leider sind viele Menschen, viele von uns, und dazu gehöre auch ich, wir sind nicht immer in dieser Stärkerrolle, sondern viele von uns sind sehr, sehr lange, sehr, sehr oft in dieser sogenannten Opferrolle. Manche sind sogar ihr ganzes Leben lang in dieser Opferrolle. Was bedeutet das für mein eigenes Leben? Es bedeutet, dass ich nicht wachsen kann. Weshalb sind wir hier auf dieser Erde? Einige werden sagen, ja, ich bin hier, um zu arbeiten, um Kinder zu bekommen und um zu überleben. Nein, jeder Einzelne von uns ist hier, weil er eine ganz, ganz große Aufgabe hat, weil die Seele eine große Aufgabe hat. Ich bin davon fest überzeugt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schöpfer uns hier für eine kurze Zeit auf diese Erde bringt, hinkommen lässt, um dafür zu sorgen, dass wir hier unsere Zeit verplempern. Aber die meisten Menschen verplempern leider ihre Zeit. Nicht, weil sie böse sind, negativ, nein, weil sie es nicht wissen, weil sie nicht besser wissen, weil sie sich nie damit beschäftigt haben und weil sie auch nie in der Situation waren, sich damit zu beschäftigen. Ich habe es schon oft gesagt, einige auf dieser Erde wissen natürlich mehr als andere. Einige, weil sie in eine Situation hineingeboren wurden, vielleicht in eine Familie, die sehr viel weiß, eine Familie, die vielleicht auch sehr viel Macht hat, die Zugang hat zu wissen, was die meisten Menschen nicht haben. Vielleicht bin ich in eine solche Familie hineingeboren und dann habe ich selbstverständlich nicht einen Wissensvorsprung. Das Leben ist nicht gerecht. Ja, wir werden jeden Tag wieder damit konfrontiert, vor allen Dingen zur Zeit, dass wir alle gleich sein müssen, alle die gleichen Chancen, alle die gleichen Umstände und, und, und. Nein, das Leben ist nicht gerecht. Die Situation in unserem Leben ist nicht gerecht. Es ist Teil unseres Lebens, weil jede einzelne Seele etwas anderes zu lernen hat und andere Aufgaben hat. Und jetzt können wir sagen, ich interessiere mich nicht für die Seele, ich interessiere mich nur für das Leben hier auf dieser Erde. Dann kann ich auch aus psychologischer Sicht darauf eingehen, wie ich lebe. Lebe ich in der Opferrolle oder lebe ich in der Stärke? Ein ganz wichtiger Aspekt auf dieser Erde in unserem täglichen Leben ist die Kontrolle. Ja, Kontrolle. Kontrolle über das, was ich tue, aber auch Kontrolle ausgeübt durch andere. Wer in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo Kontrolle eine sehr große Rolle spielt, und ja, Kontrolle spielt eine sehr große Rolle auch in der Schule, auch nachher, wenn ich studiere oder wenn ich eine Lehre mache. Kontrolle ist immer ein ganz wichtiger Aspekt meines Lebens. Und manche Menschen wachsen auf in einer Umgebung mit mehr Kontrolle und andere wachsen auf in einer Umgebung mit weniger Kontrolle. Wenn ich aber in einer Umgebung aufwachse mit sehr viel Kontrolle, was übrigens auch in den westlichen Ländern auch von Behörden immer, immer mehr, denkt man, spürt man, ja, immer mehr ausgeübt wird. Kontrolle. Ganz viele Dinge kann ich nicht tun, so wie ich sie gerne tun würde, weil Kontrolle da ist und auch Strafe dann da ist. Je mehr ich kontrolliere, desto mehr versucht der Mensch natürlich dagegen zu setzen mit einer eigenen Kontrolle, ja, und damit kommt eine negative Spirale der Kontrolle in Gang. Eine negative Spirale, die dazu führt, ja, wie heißt es so schön, ja, nach unten treten, nach oben buckeln, das hat alles mit diesem System zu tun. Und die Seele kann in einem solchen Umfeld nicht wachsen. Es ist nicht möglich, dass die Seele in einem solchen Umfeld wächst. Und wenn ich sehr, sehr viel Kontrolle erfahre, Kontrolle ausgeübt durch andere auf mich, dann, ja, dann versuche ich selber auch, diese Kontrolle auszuüben, weil ich es so gewohnt bin. Ich versuche dann in meinem Umfeld, vielleicht im Geschäft, vielleicht mit meinen Kindern, vielleicht auch mit meinem Partner, versuche ich, mich zu behaupten, indem ich diese ungesunde Art der Kontrolle auf andere Menschen ausübe. Manche Menschen wissen mehr als andere durch das Umfeld, wie wir gerade schon gesagt haben. Ja, wenn ich in einer Elite-Familie aufwachse, habe ich ganz andere Informationen. Und dann weiß ich vielleicht, was stattfindet, außerhalb dieser 1%, in der wir leben. Diese kleine materielle Welt auf dieser Erde. Weshalb ist zur Zeit, gefühlt zumindest, eine Zeit, in der Kontrolle eine immer größere Rolle einnimmt. Sind da Dinge, die ich nicht weiß, die aber vielleicht eine Rolle spielen? Vielleicht. Es ist super, super wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, mit diesen Aspekten auch der Kontrolle in unserem täglichen Leben. Und es ist auch super wichtig, bei sich selbst immer zu hinterfragen, was macht diese Kontrolle mit mir? Fühle ich mich dadurch in eine Opferrolle versetzt? Ich bin hilflos, machtlos, ich kann sowieso nichts tun und kreiere dadurch eine Art Aggression, innere Aggression. Sie machen mit uns, was sie wollen. Sie tun wieder etwas, was wir nicht wollen. Und irgendwann wird es vielleicht immer schlimmer. Sie gehen immer einen Schritt weiter. Ja, viele von uns denken so. Ich höre es auch in Gesprächen. Was die da machen, gefällt mir gar nicht. Damit bin ich gar nicht einverstanden. Das ist diese Kontrolle, mit der wir aufgewachsen sind. Auch vielleicht aus unserem Elternhaus heraus, aber auch aus der Schule, aus der Universität oder aus der Lehre heraus, wo auch von meinem Arbeitsplatz heraus. Kontrolle. Eine Kontrolle, in der ich mich hilflos fühle und aus dieser Perspektive heraus auch eine Kontrolle auf andere ausübe, aber nicht aus der Positivität heraus, sondern aus der Negativität heraus. Wie komme ich da raus, aus dieser Spirale, aus dieser Spirale der Negativität? Einzig und alleine, indem ich mir darüber bewusst bin, indem ich wirklich mein Bewusstsein so schule und immer wieder versuche, mich selbst darauf aufmerksam zu machen. Klar, es geht nicht ganz ohne Kontrolle. Wir werden immer mit Kontrolle konfrontiert. Kontrolle, diejenigen, die Kontrolle ausüben, sind auch oft diejenigen, die traumatisiert sind. Das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Es geht immer von oben nach unten, wächst der Druck. Also, was kann ich tun? Ich kann wirklich jeden Tag, wirklich jeden Tag darauf achten, in welcher Situation fühle ich mich hilflos, in welcher Situation fühle ich mich stark. Und dann dieses Leben, mein Leben verändern, in eine Richtung, hin in eine Richtung der Stärke. Jeder Tag, jeder Mensch, ja, viele von uns, gerade viele von uns zur Zeit, fühlen sich vielleicht schwach, weil sie das Gefühl haben, es ist so viel Kontrolle da, die anderen machen mit uns, was sie wollen. Das ist eine Hilflosigkeit, die dazu führt, dass viele Menschen eine Aggression entwickeln. Konzentriert euch tagtäglich darauf, was ihr in eurem Leben bis jetzt erreicht habt. Wenn ihr es aufschreibt, ihr werdet feststellen, es ist so viel. Und wenn es nur ein Kind bekommen ist, ein Kind bekommen, eine Ausbildung absolvieren, ein Kompliment vom Chef, jeden Tag, jeden Tag aufs Neue, habe ich ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich erreiche. Aber das Problem ist, dass durch diese Perspektive, durch diese Kontrolle, durch diese Negativität, die daraus entsteht, sind ganz viele Menschen nicht mehr in der Lage, sich auf das Positive in ihrem Leben zu konzentrieren. Sie sehen nur noch das Negative. Sie sind nur noch damit beschäftigt, was sie alles falsch machen. Und vor allen Dingen auch, in welchem Gefängnis sie leben. Ja, und ich lebe in einem Gefängnis, wenn ich in der Negativität bin. Wenn ich mich in der Negativität befinde, lebe ich in einem Gefängnis. Und zwar in einem Gefängnis der Vorurteile, in einem Gefängnis der Angst, in einem Gefängnis der Sorge und auch in einem Gefängnis des Neids. Neid ist so ein super, super negativer Aspekt, so eine negative Charaktereigenschaft. Und das heißt, einige sagen jetzt, ja, aber ich bin überhaupt nicht neidig auf die anderen. Allein schon, indem ich negativ über die anderen rede, zeige ich, dass ich eigentlich tief in meinem Innern neidig bin. Wir haben so viel Tolles. Jeder von uns ist so ein toller Mensch. Und das sollte uns wirklich, das sollten wir nie vergessen. Erkenntnis. Es ist so viel,